Mann, was ist denn da schon wieder los? Micha! Was gibt's denn? Wieso habe ich einen 100er-Ping? Ach so, ja, ich lade gerade ein neues Spiel runter. Dann mach das aus, ich kann ja nicht mal richtig laufen. Nein, ich lade seit 20 Minuten runter und bin bei 80%. Ich mache jetzt sicher nicht aus. Das ist mir egal, entweder mache ich es aus oder du. Nein, ich lade das jetzt noch runter. Na gut, dann ziehe ich dir das LAN-Kabel raus. Nein! So, ha, einen 10er-Ping habe ich jetzt. Nein, du bist so scheiße. Ich will hier nicht mehr wohnen. Geht das schon wieder los? Du kommst doch sowieso gleich wieder. Nein, diesmal nicht. Ja, ja, ist klar. Also, tüdelü. Bis gleich. Wann? Mann, immer nervt er mich. Hi, Micha. Mahlzeit. Hallo, Micha, was machst du hier alleine? Mein Vater hat mich zu Hause so aufgeregt, da bin ich abgehauen. Ui, und wo willst du jetzt hin? Keine Ahnung. Na, dann würde ich vorschlagen, komm mit zu uns. Micha, ich habe jetzt auch einen coolen Gaming-PC. Wirklich? Cool. Können wir das Spiel da runterladen? Von mir aus? Und du bekommst keinen Ärger? Nein, wieso denn auch? Mein Vater hat mir das LAN-Kabel rausgezogen. Das ist ja echt mies. Ja, deshalb bin ich zu Hause abgehauen. Das hätte ich ja auch gemacht. Micha, Essen ist fertig. Der ist nicht da. Wo ist er hin? Er meinte, er will hier nicht mehr wohnen und ist abgehauen. Nicht schon wieder. Der kommt doch sowieso wieder. Das will ich hoffen. Ey, das Spiel ist richtig geil und dein PC auch. Alter, du hast voll den geilen Gaming-PC. Danke, hat mir meine Mama gekauft. Willst du mal spielen? Nee, nee, ich will mir jetzt Pokémon-Karten kaufen. Okay, hast du genug Geld? Ich bekomme Geld. Mama? Ja, mein Schatz? Ich brauche 20 Euro für Pokémon-Karten. Ja, kein Problem. Wow. Danke, Mama. Ich muss meine Eltern immer belügen, um an Geld zu kommen. Irgendwie ist es ja auch mal ganz schön, dass er weg ist. Du hasst sie doch nicht mehr alle. War nur ein kleiner Spaß. Ach so. War nicht witzig. Wo bleibt er denn? Der kommt schon noch nach Hause. Keine Sorge. Wow, du hast sogar geile Karten gezogen. Mit dir macht es einfach mega Spaß. Mir macht es auch mega Spaß. So, und was machen wir jetzt? Hm, keine Ahnung. Ich wollte schon immer mal Auto fahren. Wir sind noch zu jung. Ach Quatsch, deine Mutter erlaubt doch alles. Warte, ich ruf sie mal an. Brauchst du nicht fragen, sie sagt sowieso ja. Na gut, meine Mama schläft. Hier ist der Schlüssel. Sehr gut, ich fahre. Ich will aber fahren. Ich fahre zuerst. Na gut. Geil, das ist ja sogar alles automatisch. Was ist automatisch? Na hier, Gas und Bremse mehr muss man nicht machen. Ist ja einfach. Ich verstehe nicht, warum man dafür einen Führerschein braucht. Verstehe ich auch nicht. Mein Fahrradführerschein war voll easy. Dann würde ich sagen, wir gehen auf die schnelle Straße. Du meinst Autobahn? Ja, genau die. Also, dann gebe ich mal voll Gas. Oha. Oh Mann, geil. Micha, nicht so schnell, ich kotze gleich. Nein, ist voll geil. Micha. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Nein, jetzt hast du das Auto kaputt gemacht. Ach Quatsch, ich fahre mal hier rüber. Der Motor ist voll heiß. Das ist doch voll normal. Mann, und was machen wir jetzt? Ich halte mal das Auto an. Halt! Micha? Herr Müller? Du kennst ihn? Und Herr Schmidt? Ja, ich kenne beide. Einer ist mein Direktor und einer mein Lehrer. Was macht ihr zwei hier alleine? Und wem gehört das Auto? Das Auto gehört meiner Mama. Und sie ist gerade zur Tankstelle gelaufen. Und sie lässt euch hier ganz alleine am Auto? Ja, wir sollen hier aufs Auto aufpassen. Das ist ja nichts passiert. Okay, dann warten wir hier, bis sie kommt. Oh Mann, scheiße, was machen wir jetzt? Die wollen einfach nicht weiterfahren. Wir warten einfach ein bisschen. Irgendwann fahren sie weiter. Na, hoffentlich hast du recht. Oh Mann. Tagchen, die Polizei, was ist denn hier los? Gar nichts. Seine Mama hatte Probleme mit dem Auto. Genau. Sie ist gerade bei der Tankstelle. Und sie hat euch hier allein gelassen. Ja, nur die Ruhe. Wir sollen hier aufpassen. Aha, also bei uns steht, dass das Auto geklaut ist. Geklaut? Haha, ach Quatsch, das muss ein Fehler sein. Eine Nathalie hat das Auto als geklaut gemeldet. Das ist seine Mama. Die ist ab und zu verwirrt. Micha? Oh Mann, der hat mir ja noch gefehlt. Mein Schatz, alles gut bei dir? Ja, Mama. Micha, war das seine Idee? Ähm? Nein, Mama, wir hatten beide die Idee. Das war bestimmt Michas Idee. Warte ab. Wir hatten beide die Idee. Tut uns leid. Tut uns leid. Das war's oder was? Ach Gott, wie kann ich euch denn da böse sein? Na gut, die zwei sind nicht strafmündig. Da kann ich nichts machen. Also, ciao. Ich kann aber was machen. Zwei Wochen nachsitzen. So ist richtig. Und von mir gibt's auch... Zockverbot. Ich weiß. Und das fünf Wochen. Fünf Wochen? Naja, das war's mir wert. So ist richtig. Und von mir gibt's auch... Zockverbot. Und ich weiß. Und das fünf Wochen. Fünf Wochen? Naja, das war's mir wert. Micha, komm schnell. Tüdelü. Sibylle. Ciao, Jochen. Na, warte. Hast du Glück, dass ich deine WhatsApp bekommen hab? Jo, schütz mich mal. Ich schreib kurz eine WhatsApp. Puh, und jetzt? Erstmal abhauen. Mann, das kann doch nicht sein. Wo sind die? Wir haben Vater abgehängt. Ich hab Bock auf Meges. Na gut. Ich bekomm ein Big Mac Menü mit einer Fanta. Ich bekomm das gleiche. Ich geh noch kurz auf Toilette. Okidoki. Mann, ich muss voll auf Toilette. Da ist ein Meges. Da geh ich jetzt aufs Klo. Micha? Micha? Ah, scheiße. Hab ich da gerade Jochen gehört? Sie kriegen 50 Euro, wenn sie hier gibt's Gratisburger rufen. Tja, jetzt hab ich dich. Hier gibt's Gratisburger. Oh, hab ich Bock drauf. Warte hier. Hä? Micha, komm schnell. Alter, war das knapp? Am besten wir verlassen das Land. Und wo sollen wir hin? Ich hab kein Geld. Tja, ich hab Urlaub und ich hab Lohn bekommen. Haha, perfekt. Hier gibt's ja gar keine Gratisburger. Na, die eine Frau hat gesagt, ich krieg 50 Euro, wenn ich hier gibt's Gratisburger ruf. Sibylle, na warte. Komm, wir fahren erstmal zum Bodensee. Bodensee, was will ich da? Doch, das ist geil. Da kann man bestimmt geile Männer aufreißen. Was? Äh, ich mein, da kann man chillen und schwimmen. Mann, ich hab lieber Bock zu zocken. Sibylle, ich werd dich finden, egal wo du bist. Nein, scheiße. Guten Tag, die Polizei. Mit dem Handy am Steuer. Das gibt eine saftige Strafe. Ist mir egal. Machen sie einfach nur schnell. Ne, das dauert jetzt erstmal eine Weile. Ist das schön, mal allein zu Hause zu sein. Oh Mann. Hallo? Ja, ich bin's. Ich bin hier in der Polizeikontrolle. Kannst du mal 100 Euro vorbeibringen? 100 Euro? Was hast du angestellt? Erklär ich dir später. Ja, ich komm. Mann, Mann, Mann. Endlich sind wir da. Sieht gut aus hier, ne? Finde ich auch, ja. Micha, was sucht denn der hier? Na, mal sehen, wen ich mir hier angel. Hä? Du hast doch gar keine Angel. Micha, was machst denn du hier? Andi, na so ein Zufall. Du hast doch gesagt, du gehst nicht in den Urlaub. Ja, ich weiß, war eine spontane Sache. Was machst du hier? Ich schau, ob ich hier Mädels aufreißen kann. Meine Rede. Oh Mann. Andi, mach dir nix draus. Der ist ein bisschen zurückgeblieben. Was ist denn hier los? Ach, nichts Wildes. Lass mich raten, du hattest das Handy am Steuer. Richtig geraten. 50 Euro, mehr gibt's nicht. Sie können doch nicht mit der Polizei verhandeln. Okay, 50 Euro. Mann, alles müssen die Frauen regeln. Na, geht doch. Was ist hier eigentlich los? Sibylle ist mit mich abgehauen. Was? Mit meinem Junge? Ich such dich schon die ganze Zeit. Gib dein Handy. Hier. Einmal GPS-Hack und wir wissen, wo er ist. Rieche ich hier einen GPS-Hack? Hä? Micha, Handy ausschalten. Mann, ich war gerade auf TikTok unterwegs. Dann benutze meins. Was? Hat nicht geklappt. Sibylle. Wir rufen einfach Sibylle an. Ja, klar. Und die erkennt dich nicht an deiner Stimme oder was? Ach, ich verstelle einfach meine Stimme. Hallo? Hört sich an wie Olaf. Gute Idee. Also dann. Oh Mann, Jochen ruft an. Leise sein. Hi. Hi, ich bin's Olaf. Olaf, hi. Wie geht's dir? Gut, gut. Was machst du gerade? Ich bin gerade auf der Gamescom mit Micha. Auf der Gamescom? Wow. Kann ich vorbeikommen? Mach das. Wir sehen uns. Tschaui. Oh mein Gott, ist der dumm. Sie sind auf der Gamescom. Dann auf zu Gamescom. Tante, wieso lügst du Olaf an? Das war Jochen. Der hat sich als Olaf ausgegeben. Woher weißt du, dass es Vater war? Weil seine Nummer bei mir angezeigt wurde. Und was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Da drüben gibt's ne Hüpfburg. Oha, geil. Sie sind auf der Gamescom. Dann auf zu Gamescom. Komisch, sieht ein bisschen leer aus. Sicher, dass hier die Gamescom ist? Ich bin doch nicht blöd. Hier steht, dass es in der Kölner Messe ist. Hier ist keine Gamescom. Zeig mal her. Du Idiot. Die Gamescom ist schon längst vorbei. Das gibt's nicht. Hat die mich angelogen? Ne, die ruf ich jetzt an. Oh. Wo seid ihr? Die Gamescom ist schon vorbei. Alter, chill doch mal. Ne, nichts, chill doch mal. Wo seid ihr? Da, wo du nicht bist. Sibylle, ich warne dich. Oh, was willst du denn jetzt machen? Die Fähre Richtung Konstanz fährt jetzt los. Konstanz, ihr seid am Bodensee. Wir finden euch. Ha, bis du da bist, sind wir schon längst weg. Ciao. Ja, ja, ab zum Bodensee, das sind die. Drück doch mal ein bisschen aufs Gas, Mensch. Hier ist nur 120 erlaubt. Das ist doch ein Notfall, oder? Na gut, hast ja recht. Natürlich habe ich recht. Oh Mann, nicht schon wieder. Hallo, die Polizei, Sie schon wieder? Moin. Erst Handy am Steuer und jetzt zu schnell. Das war meine Schuld. Er ist doch gefahren. Oh Mann. Netter Versuch, diesmal klappt es aber nicht. Mann. Und, wohin geht es als nächstes? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schnell weg von hier. Wie denken, wir hauen ab? Das machen wir doch auch. Bis jetzt ja, aber wir fahren nach Hause. Gute Idee, dann kann ich wieder zocken. Sie bekommen Post von uns. Also, dann ciao. So, und jetzt ab zum Bodensee. Hoffentlich sind die da noch. Endlich wieder zu Hause. Und keiner ist da. Oh Mann. Hallöchen. Wo sind Jochen und Beate? Die suchen mich. Ja, Micha ist abgehauen. Und wieso suchen sie dich noch, wenn du hier bist? Da gab es ein paar Problemchen. Ah, Sibylle. Du kennst mich doch. Ich steigere mich immer rein. Okay, aber ich sage Ihnen jetzt trotzdem, dass Micha hier ist. Nein. Doch. Okay, aber ich sage Ihnen jetzt trotzdem, dass Micha hier ist. Nein. Doch. Nein. Alter. Mein Handy ist kaputt. Hi. Sibylle. Komm doch rein. Ich bin doch schon drin. Vater? Einfach mein Handy kaputt. Was machst du denn hier? Na, wir waren gerade unterwegs zum Bodensee. Dann sind wir hier vorbeigefahren. Und ich muss dringend aufs Loh. Ich bin Heimscheißer. Ich komme gleich wieder. Oh. Oh Mann. Einfach mein Handy kaputt. Scheiß doch erstmal auf dein Handy, Mensch. Ich bekomme wieder Zockverbot. Nein. Nein? Nein? Du bekommst doch eine schlimmere Strafe als nur Zockverbot. Oh je. Ich bin gleich wieder da. Oh Mann. Am liebsten würde ich wieder abhauen. Dann machen wir das einfach. Was? Halt. Micha, komm. Micha, komm. Vater. Tüdelü. Micha? Hey, was ist jetzt mit meinem Handy? Mann, schon wieder sind die weg. Ich war so nah dran. Puh. Entschuldigung. Sibylle? Komm Micha, schnell. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Jetzt aber schnell weg hier. Sie hat mein Handy kaputt gemacht. Dann komm mit. Wir finden sie. Und dann wird sie mir ein neues Handy kaufen. Hi. Was willst du denn jetzt? Ist Micha da? Nein. Und wir müssen los. Darf ich mit? Nein. Oh Mann. Da seid ihr ja endlich. Sibylle ist gerade weggefahren. Ich weiß. Ich hatte sie fast. Wieso hast du sie nicht aufgehalten? Sorry. Ich muss halt auch mal scheißen. Oh Mann. Ah, wir haben sie abgehängt. Ja, endlich. Oh Mann. Mann, die Bullen. Hi Sibylle. Hi Paul. Ihr kennt euch? Ja, lange Geschichte. Ha. Hab dich geschlagen. Mann. Ich hab nicht mehr so viel Geld. Kein Problem. Dafür hab ich was gut bei dir. Okay. So machen wir's. Und? Hast du's erledigt? Ach, wegen Jochen Meister. Den hab ich schon zweimal rausgezogen. Haha. Oh Mann. Dem hab ich schon 150 Euro abgenommen. Ja. Sehr gut. Geben Sie ruhig mal ne saftige Strafe. Haha. Du siehst schon. Die Arbeit ruft. Oh oh. Wieso musst du auch so einen dummen Spruch bringen? Ha. Sorry. Ich fand's passend. Und? Was machen wir jetzt? Na ich glaub Jochen ist jetzt beschäftigt. Okay. Dann lass du den Meister. Da gibt's ne PS4. Da kann man zocken. Okay. Wer zuerst da ist? Oh Mann. Mann. Dann das hast du jetzt davon. Die Polizei. Hallo. Na. Bald können wir uns duzen, oder? Ja Mann. Wir haben gewonnen. Wir sind die Besten. Haha. Oha. Wenn ihr die nächste Runde gewinnt, gibt's zwei Cheeseburger gratis. Ha. Das schaffen wir locker. Micha. Wir müssen jetzt eigentlich los. Ach komm schon. Bitte. Na gut. Was gibt's denn? Dumme Sprüche kloppen. Na und? Und dann einfach Vollgas geben. Der ist nicht verboten. Das nicht. Also was ist dann los? Da wollen wir doch mal schauen, ob sie überhaupt in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen. Muss das sein? Ja, das muss sein. Micha. Der letzte. Ja Mann. Ich hab ihn. Haha. Oha. Her mit den Cheezies. Wenn ihr die nächste Runde gewinnt, gibt's zwei Happy Meals mit Pokémon Karten. Wir müssen jetzt wirklich los. Nein, ich will die Pokémon Karten. Okay, letzte Runde. Also, sie dürfen weiterfahren. Ja, endlich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ha, ha, ha. Na super, die sind jetzt schon über alle Berge. Ich hab Hunger. Oh Mann. Na gut, da ist ein Meges. Gewonnen. Haha. Jawohl. Und jetzt schnell weg hier. Wo wollt ihr denn so schnell hin? Jawohl. Und jetzt schnell weg hier. Wo wollt ihr denn so schnell hin? Oha. Schau mal. Hinter dir. Warum? Was soll denn da sein? Komm, Tante. Ciao. Hey. Hey. Hey, euer Happy Meal. Ich würd's nehmen. Scheiß drauf und komm. Oh Mann. Aua. Tante, wir müssen schnell weiter. Oh Mann. Micha, ich kann so nicht fahren. Dann gib den Schlüssel. Ich fahr. Na gut, hier. Komm, du lahme Gurke. Ich mach doch schon so schnell ich kann. Auf, Micha. Wir müssen fahren. Das Auto springt nicht an. Micha, die sind fast da. Micha. Jawohl. Endlich. Jetzt weg hier. Ab auf die Autobahn. Mann. Schon wieder so knapp. Na ja, dann kann ich ja kurz das Happy Meal holen. Mann. Hi. Was macht ihr denn hier? Deine tolle Mutter haut mit Micha ab. Ohne mich? Äh. Ich meinte, oh Mann. Ja. Aber ich hab schon die perfekte Idee. Ich hab die perfekte Idee. Und die wäre? Wirst du jetzt sehen. Und wohin fahren wir jetzt? Am besten so weit weg wie möglich. Hi. Hi, wo seid ihr? Unterwegs. Und du? Ich bin in der Stadt. Könnt ihr mich abholen? Wieso ihr? Äh, ich meinte natürlich du. Geht nicht. Ich bin voll weit weg. Kannst ja deinen Onkel Jochen fragen. Ciao. Mama? Hallo? Hat er aufgelegt. Mann. Wieso sagst du auch ihr? Kann ja mal passieren. Erika steckt mit Jochen unter einer Decke. Ich glaub's nicht. Oh Mann. Hier kann man wirklich niemanden trauen. Ich wär dafür, dass wir in den Holiday Park fahren. Ach, ich weiß nicht. Ach, komm schon. Bitte. Na gut. Na toll. Und wie sollen wir ihn jetzt finden? Aber wie der gerade gehört, sie braucht Hilfe. Wer bist du denn jetzt? Ich bin's. Ich bin ein professioneller Hacker. Oh, das hört sich gut an. Jawohl. Da sind wir. Endlich. Aber ich fahr keine Achterbahn. Doch. Du musst die G-Force mit mir fahren. Micha, dann kotze ich. Ach, Quatsch. Na gut, okay. Ich hab dich gewarnt. Wie finden wir die jetzt? Ich brauch die Handynummer. Na, die kann ich dir zeigen. Hier. So, eine Sekunde. Da haben wir es schon. Und wo sind sie? Im Holiday Park. Dann schnell da hin. Ich will auch mit. Na, dann komm. Halt. Einmal Probe sitzen. Oh, Mann. Ganz klar. Du passt nicht rein. Hahaha. Du bist zu fett. Nein. Versuch's nochmal. Na gut. Siehst du, passt doch. Hab meinen Bauch eingezogen. Okay. Dann viel Spaß. Oha. Oha. Ja, Mann. Jetzt geht's ab. Hahaha. 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 Tante. Tante? Hallo? Mann, wir müssen tanken. Mich brauchst du gar nicht fragen. Ich hab kein Geld. Ich auch nicht. Mann. Oh, Mann. Micha, mir ist ganz... Oh, Mann. Hahaha. Puh. Oh, Mann. Da sind wir. Wird ja auch mal Zeit. Also dann rein da. Nein. Wie nein? Die machen in einer Stunde zu. Sei doch nicht so ein Geizhals. Mir geht's nicht ums Geld. Die kommen doch sowieso raus. Dann kommen sie uns direkt entgegen. Das ist schlau. Danke. Danke. Da gibt's Zuckerwatte. Dann hol dir doch welche. Hab kein Geld. Hier. Hast zwei Euro. Danke. Micha, die machen gleich zu. Ich will aber noch eine Runde fahren. Nein, Micha. Lass jetzt gehen. Na gut. Na schau mal an. Da sind sie. Oh, Mann. Da ist Vater mit den anderen. Mann. Der gibt aber auch nie auf. Hier geblieben. Jochen. Sibylle. Sibylle. Mama. Erika. Es ist vorbei. Ha. Das glaubst auch nur du. Ihr könnt nicht flüchten. Wir haben euch zugepaart. Mann. Scheiße. Kannst vergessen. Ich geb nie auf. Micha. Wir sollten lieber aufgeben. Micha. Wir sollten lieber aufgeben. Oh, Mann. Na gut. Geht doch. Wart ab, bis wir zu Hause sind. Ich bin nur froh, dass wir dich gefunden haben. Mir ist doch nichts passiert. Alles easy. Ach, und Sibylle. Was denn? Dieses Mal hab ich gewonnen. Bla, bla, bla. Komm, wir gehen. Vater, ich muss voll aufs Klo. Boah, na gut. Beil dich. Hm, jetzt wär eine gute Möglichkeit abzuhauen. Komm, wir gehen uns mal die Beine vertreten. Na gut. Schau mal, da sind die anderen. Sibylle. Hi, Jochen. Geil. Ich glaub, Sibylle lenkt sie ab. Was suchst du denn hier? Ich wollte nur fragen, was ihr hier macht. Micha. Schnell weg hier. Alles schon wieder nur deine Schuld. Nö, aber wollt ihr bei uns mitfahren? Gerne. Nein, bist du blöd? Was willst du denn machen? Laufen? Lieber laufe ich kilometerweit, als mit dir mitzufahren. Dann viel Spaß. Ich fahr mit. Ciao, Jochen. Halt. Ich fahr doch mit. Dann spring rein. Ich geb niemals auf. Niemals. Alter, ich hab's geschafft. Ich bin einfach der Beste. 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 Vielen Dank.